Hallo meine Lieben, hier ein Grund warum wir hier leben, warum wir hier leben, warum wir hier leben, ist darum, darum und darum. Scherefe, er trinkt Raki ohne Wasser, ohne Wasser, mit Schalgam, Schalgam, Schalgam müsst ihr mal probieren, Schalgam heißt es. Also Leute, warum wir hier leben, zwei Minuten zu Fuß und ich bin hier, ich bin hier und bald auch ich mit einer romantischen Frau hier, nicht mit so einem hässlichen Glatzkopf, sondern mit einer romantischen Frau. Also deswegen leben wir hier, also liebe Grüße und ich wünsche das euch allen, ja euch allen. Okay, ciao.